Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Solange sie noch in ihrem Fossilien-Stadium sind. Und natürlich hätte ich gern das Prismorb wieder. Aber was ich will, tut nichts mehr zur Sache. Die Spectrobes gehören jetzt dir. Nenn mir einen guten Grund, warum ich da mitmachen sollte. Weil ich dich gebeten habe. Einen guten Grund, habe ich gesagt. Hier, ein Spectrobes hier. Rallon, schau auf den Prismorb. Und jetzt? Jetzt graben wir. Halt! Sieht aus wie ein Fossil. Das ist ein Kumaenu. Schnell, mit der Dunkelheit kommen die Krawl. Gina, bring sie zum Schiff. Ich wehre die Krawl ab. Warte, das ist zu gefährlich. Spiel nicht den Helden. Mach das Schiff klar, Gina. Los geht's! Ikku-Zip! Rallon ist tapfer, hat aber noch viel zu lernen. Er ist mein Partner und er verschafft uns Zeit. Wir sollten sie nutzen.